Was für ein Morgen! Hier ist John Mendt von Radio Hamburg und ich wünsche allen einen wunderschönen Start in den Tag. Heute haben nicht nur die Sommerferien begonnen, sondern auch eine spannende Zeit für alle jungen Tänzer hier im Norden. André Dallin, unser Newcomer des Jahres, sucht für sein neues Hip-Hop-Musikvideo die besten Nachwuchstänzer und startet dafür ein riesiges Casting. Und das ist eure Chance. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020